Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Alien Colonial Marines in der vorvorletzten Map. Ja, Hoffnung in Headlays. Da schauen wir mal, was uns da erwartet. Auf jeden Fall nichts Gutes, schätze ich. Ja, sowieso nicht, da wir ziemlich auf die Fasse kriegen werden. Oh ja. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Normalerweise ist es immer von Zombies, aber diesmal von Aliens. Das Ganze wieder auf hart. Aha, richtig. Also ich definiere das mal als hart, weil es gibt ja noch sehr hart und es gibt noch normal. Also ich würde sagen... In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass Sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind Sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg. Los! Oh! Ja, Higgs zu sauer, hau ab! War der nicht schön, der Typ? Ja, der hat ja auch ziemlich Säure ins Gesicht gekriegt. Dafür sieht er noch ganz gut aus eigentlich. Ja, hat jetzt kein richtiges Loch im Gesicht. So, Ball hat sie weg. Ja! Schießen! Ich hoffe, die Aufnahmen klingeln gut. Ach, guck mal, wir sind wieder hier bei Bar & Girl. Ja, das ist übrigens auch aus einer Szene im Film, muss ich jetzt sagen. Ach so? Da stehen wir auch direkt hier, also besser gesagt, man sieht dieses Schild. Ich muss mir den Film echt mal angucken, vielleicht erkenne ich einiges wieder. Auf jeden Fall! Also, wenn du Teil 2 siehst, dann kennst du hier richtig vieles sehen nochmal wieder. Die sind hinter uns! Sind hinter uns? Tatsache. Die sind hinter uns! Was? Was? Wollte ich nochmal gesagt haben! Mein Gott, hast du das gesehen? Jo! Wie es plötzlich so hing, als würdest du gegen die Wand klatschen? Marins Bewegung! Ich will, dass jeder Zentimeter vor Angriffen aus jener Richtung geschenkt wird! Winter stellt sich geschützt auf die Wege! 20 Zentimeter wie im Leben, kleiner Peter! Ich sage 2 Meter! Winter! Und dieser ist das Film! Soll wir die mitnehmen, die Geschütze? Ja, einfach mitnehmen! Okay. Deckung! Ich weiß nicht, übrigens das Geschütze am Anfang, wo eigentlich nur 4 Schüsse drin waren. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt 4 drin waren, weil in dem 1 Schütz waren 10 drin. Ich muss jetzt alles nochmal genau drauf eingehen hier. Oh! Peter! Komm rein! Wurde wieder mal geportet. Wenn Sie Radar verwenden, schauen Sie drauf! Und geben Sie alle Positionen durch! Gehen Sie zur Strahle und schauen Sie, ob es Überlebende gibt! Was? 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 Ja, geht drin! Diese Biss in der Gefahr, wollte ich nur mal sagen, in so einem Schacht! Wer ist verrückt? Achso, die... Was ist? Ja! Ich kann mir den Namen nicht mehr viel anfangen, ich muss nicht die Scheiße nochmal gucken! Was? Woll! 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 den gehalten in den schichten drin kenne ich ja gar nicht von denen ne ich glaube die bewegen sich mehr da drin diesmal sind schlauer geworden scheiße da war ein hohenkirk oder wie auch ich sind das auch die gänge aus ich glaube schon ja da etwas gehört dass das auch wird ich sehe sogar was ist tot wo bist du denn im gang neben mir ich weiß nicht ich habe ich hätte die ganze riecht schießen ja ich auch ich war bei dem typ nicht rein ich kann ihn nicht unterschützen das ist hier auch hier ist ein gang hier ist die action der duke ist auch dabei der duke ja wir haben den duke dabei wir werden gewinnen wo denn ach da der duke der duke der hat sich auch verändert ja von seit um allem oh mein gott hab ich gerade noch angesprochen oh der duke hat sich verabschiedet oh ähm so schnell kann es geht wie merkst du ja dieses mal legst du dich nicht mit der aliens an der duke hat einfach nichts mehr drauf ne er hat es einfach schwach geworden ich glaube Prozent es schätzt sich einfach nur irgendwelche Sachen gespritzt ist er das ich muss gehen das war es und deutlich das ist nämlich die folge der duke gut geht es nicht weiter duke ohne duke hallo aber mein gott warum sind hier so viele marines ach so die hat immer angekommen ich verstehe oh gott ich bin fast tot ich glaube ich behalte dich im auge wäre besser oder das wäre gut ja und schau mal ob hier irgendwo was rum liegt da da ist ein marine wir müssen die marines beschützen Maria ich helf dir komm schon komm raus da Mario oder mach ne Mario komm schon ich helf dir raus ich bin ich bin die engel ach siehst du wie gute was für gute Sachen ich hab verdammt wie kann man den Chat ausschalten mit Escape vielleicht probier's mal mit Escape aber ich bin Tere du hast gesehen TG ich hätte auch sehr er die Brücke das ist wichtig ja doch ja wir haben geholfen der Euro die Euro du bist das nicht vor allem der Posten du bist es geht hier lang folgt mir bei mir ich bin bei dir gibt mir rückendeckung was das geschützeigen geschäft draußen also erlaubt er er muss die kruise nicht mehr weiter nicht mehr der ist hier nichts kontrollpunkt achter hallo freude in ordnung gehen sie zum fuhrpark das wird unsere neue zentrale und lassen sie wende und ecken nicht aus den augen okay übel werden ich habe so ein Gefühl es ist jetzt kann man ja spazieren gehen wenn wir in den park gehen was du geachtet drauf jetzt wird es anstrengend bist du sicher für die nerven okay okay aufpassen doch lieber nicht so weit vor ja ich durfte mich schon die 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 man über das dem da plus er geht immer so weit vor das radar sagt jedenfalls nichts noch nicht errichten sie eine verteidigungslinie vertreibungslinie aufrichten los 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 wo denkst du kommen die her ich denke mal wo sie kommt sie kommt ach du scheiße ach du scheiße guck mal aufs radar scheiße alles zu machen alles verrammeln alles alles dicht ja mit 17 wieder alle scheiße jetzt haben sie die tür aufgekriegt das wird ziemlich ätzend es wird ätzend hier scheiße ich hab das geschützfass aufgestellt ich nehm schon ich mach schon so kommt schon kommt schon 326 schuss hat es das heilt mir echt gar nix los oh scheiße guck mal drauf scheiße ich will das kling mal ein bisschen in die mitte das soll ziemlich eng werden ob wir das überleben das schießt ja gar nicht ja das ist das problem scheißding ich geh mal hoch so stelle ich mal oben hin in die ecke oder so ne hier so kleine übersicht bist du ich bin über dir hallo ich hab da gerade reingeguckt meine position da sind so viele aber das sind nicht alle auf einmal an was ist mit denen los organisieren die sich gerade ne war noch einer verpackt ich glaube deswegen ging es nicht weiter hier bringen wir das geschützt rüber ich hab das jetzt da oben moment in den gang oder was ja dann bin ich ein ganz schlechtes gefühl hier okay so kümmern euch um alles alles nie auf alle an das vieh ist zerstört das hier noch überall keine löcher sind das ist ein wunder und die ganzen viecher kommen uns immer näher scheiße ey oh gott oh weißt du das gehen sie hin zum landeplatz und helfen sie raid raid power raid ist sie noch in der zentrale sie ist nicht hier bitte sir ich habe raid und xmuda dem transportpanzer weggeschickt was haben sie ganz schön feucht ja oh oh das klingt richtig scheiße oh stinkt böse ja ich glaube wir kriegen probleme hier da ist er da ist der panzer da scheiße die 6 die fuck shit nochmal unterstützung oh ich spiegel mit dem ich nicht auf den kopf ziehen immer schön an der arsch oder so oder anbringen angunkeln angunkeln bringt auch was h nein lasse mich shit cruis allmächtig schnit Und Scheiße Ich liege Und du bist auch tot Ja, ich liege auch Und alles kann ja lustig werden Ja, fangen wir das nicht ab Ich würde sagen, wir versuchen es in der nächsten Folge noch mal Okay Bis dahin Tschüss.